ein top 3 let's go nicht okay nicht aufs game achten nicht augmente falsch schließen okay nicht mage conference nehmen wenn ich denke das ist mage emblem okay echt das war das game das war das game das mir das mir platz 1 gekostet hat im mage conference genommen auszusehen 1 top 3 ist gar nichts mehr dass das das game hat sie mir ruhen noch eine hunde nie oder was hier los sekunde von mir ist noch nie warum nicht ich bin hier wenn ich drei vier stück habe am anfang ich habe ad items oder so geht wohl klar ich hab's mitnehmen aber heimening ist auch sehr gut so der ist mage z mage also mage oder astral er ist adi adi walkie oder so vielleicht auch das werden hier sind atox bereits na Oh no, oh es ist terrible. Oh no, es ist nicht gut. Ich gamble, ich gamble mein letztes Game of Shimmer's Game. Und die anderen beiden Sachen wollte ich nicht mitnehmen. Gnas sogar vielleicht, CC. Was sollen wir nach vorne tun sollen? Kann ich das proggen irgendwie? Oh scheiße, die stirbt aber als erste, kann das sein? Die stirbt aber als erste, kann das sein? Oh no, 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 no. At least survive, bro. Eine Sekunde noch survive, bro. Oh, ein Gold, okay, I take it, whatever. Junge, terrible. Terrible. Ist aber Aatrox, glaube ich. Ich glaube Aatrox überlebt sogar damit. Let's go. Okay, game oder so, was möglich. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Ich komme auf zehn Gold, easy, ne? Let's go. Auch sehr gut. Aatrox lebt noch, oder? Ach, mach's nicht so. Let's go, zwei Gold. Zwei Gold, it's lit. It's lit. Oh, I'm trolling. Push fünf, damit ich das hier besser proggen kann auch. Ja, ich muss leveln, damit ich... Weil, wenn... Das Ding ist, wenn... Nach fünfzig Sekunden progg das... Und dann bekomme ich... Dann bekomme ich... Gold... Pro zwei Einheiten oder so. Die noch leben. Let's go. Wie viel habe ich? Zwei Gold? Ja, ja, ja. Das ist my bad. Also Trainer... Trainer und eine eine mehr rein tun. Das ist echt die Gear-Gut. Weil ich bekomme das Gold jetzt zurück, quasi. Okay. Ja, das ist my bad. Hätte ich schon vorhin machen sollen direkt. Nächste Runde Level 6. Aber was tue ich rein? Drei Mage oder was? Ich tue actually drei Mage rein. Oh mein Gott. Wir sind Olaf oder was? Wir sind Olaf oder was? Mage auch vielleicht. Ich habe keine Ahnung, was wir sind. Ich habe Schlimmer Scale, Trainer... Ja, und beim Ende sind wir Olaf. Wir sind Mage! Wir... Ich bin Mage! Wenn ich das hier richtig sehe. Ich bin Mage, ja. Schlimmer Scale das nutzen am Ende. Aber ich will Forge us einfach am Ende. Ich will Forge us einfach am Ende. Easy. Der Zaya bereits. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Das war ja bereits Rise ist ganz selke, my bad Mein Style ist Old Mana Burnt Major mit Tristana Wäre sick Let's go, nice Ah, wir können Tristana mitnehmen, perfekt Easy, easy, let's go, das sieht eigentlich gar nicht so gut aus Gar nicht so schnell aus Top 3, ne? Mehr brauche ich nicht Bitte gewinnen auch, das wäre gut Let's go, Top 3 Okay, Chat, ich muss einmal aufs Game atmen Ich spiele nie Schimmerskill Okay, wir sind, wir sind Okay, das ist ein Scheiß Draven's Axe, Draven's Axe Draven's Axe Nein, nein Oh no, ist nicht Draven's Axe Eine Hunde, bitte Wir sind Korki hier einfach, glaube ich Oh, Draven's Axe wäre so Jackpot Shit, Ida stirbt, glaube ich sogar Bevor sie, my bad Atox geben Beziehungsweise Atox nach vorne tun auch It's my bad It's my bad 2 Gold verloren It's fine Alter, wir farmen so viel Gold So, ich spiel Zoe am Ende Oh, perfekt 5 Schimmerskill mit Zoe Wait, da war noch Volibear Wait Nein, nein, wir spiel nicht 7 Schimmerskill, Mann, okay Ich kann es nicht rein-memen, Mann Ich kann es nicht rein-memen, okay Ich kann es nicht 9 Schimmerskill in meinem letzten Aber das hätte schon Style, ne 9 Schimmerskill in Platz 1 Das hätte schon Style eigentlich Aber es ist fein Ich höre ihn kurz einfach, okay Stark It's okay Aber nein, nein, nichts 9 Schimmerskill Dafür bräuchte ich hier noch ein Augment Und die Units wieder zurück Aber bisher, das sieht eigentlich ganz solide aus Im Ernst sein Das sieht eigentlich ganz solide aus Schimmerskill, Soul Bitte nicht, nein Ich nehme das nicht mit Ich nehme das nicht mit, okay Kann ich den killen? Let's go, nice Das exige hier gut Das wird Actionerster Das wird Actionerster Ich muss kurz überlegen Was sind wir hier am Ende? Am besten Saya eigentlich, ne Saya Idas Ja, Saya Idas Aber mit Corki kann ich Zoe sehr gut spielen Second So AD AD Magic AD 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 Actually Shell ist gut Actually Shell ist in dieser Lobby richtig gut Bis auf eine sind alle AD Second Wind wäre auch verdammt gut, ne Ist das Ding aber Was ist es? Ist Second Wind oder ist es Shell? Dieser Lobby ist das hier richtig gut Aber das ist zu gut eigentlich Immer Zu gut eigentlich Ist fein Jinx ist actually useless Woli ich brauche es nicht Woli ist auch useless Kanonier ist glaube ich Die schlechteste Synergies, die es gibt Und Jinx ist die schlechteste eine, die es gibt Second Wind, baby Ja, Second Wind ist zu gut Second Wind ist zu gut Shell wäre auch vollkommen in Ordnung Weil 6 von 7 Gegnern hier Ähm Hier Dingens sind AD sind Aber passt schon Wir pushen aber 8 Und dann räumen wir auf 8 runter Passt Ich werde noch ein paar Hunden verlieren Ich habe halt noch Tristana 1 Aber Ist fein Trash für Braum Sobald ich hab Ist okay DK raus 30 Gold Ist okay Ich nehme Bow mit richtig Stormblad auch gemacht Aber ich suche Damage items Ich muss ein Bow mitnehmen Oh, Stormblad hier Wenn ich Zoe hitte Instant Mage Ich spiele 5 Schimmer Scale Ja, ich spiele 5 Schimmer Scale Mit Zoe Bei Mage Easy peasy Trash für Braum suchen wir Trash wäre auf jeden Fall besser hier Hätte schon Syar Go Als Syar aus dem Karstall bekommen Glaube ich Oh, wir könnten Wir könnten Wenn ich Syar Com spiele Könnte ich auch Kayn spielen Für 5 Schimmer Scale Plus halt Rage Wing Auch nicht giga bad Ich würde gerne erstmal 8 Rushen Und runterrollen Oder wir rollen gleich Level 7 runter Einfach Geht auch klar Ich muss kurz warten Ich muss mal warten Bis der Fight vorbei ist Weil Ich bekomme meine Stats Basiert auf meinem Gold Aber Trash ist besser als Braum zur Zeit Die Gegner bauen alle zu Weil es Assassinspieler gibt Und dann kann Trash einfach Die raushoben aus dem Leben So Zoe In Corki Zoe anstatt Aatrox In Syarcom Kayn Anstatt Shen Kayn statt Shen Ja Oh mein Gott Dank dir Franzi Danke für den Raid Moins euch allen Ist schon ein bisschen spät Wir pushen gerade noch an 1 Muss diese Runde Top 3 werden Dann haben wir an 1 fertig Lulu verheil mal Lulu ist auf dem Feld Lulu 2 ist sogar auf dem Feld Einmal Ulti Scheibenkleister Actually winnable Muss ich ihn bis weiter rechts tun Hier ganz ausstehen Mal bett Ein Fall im Sotts verloren Ich roll nächste Runde einfach runter Top 3 baby Top 3 Oder Top 4 Ich mein Ich mein Zweimal Top 4 Wird auch reichen Top 2 mal Top 4 Get me out Es sind so viele Zahlen schon draußen Ich weiß ich hab Corki Stark genug Ich hab Mage Emblem Rageblade Das sind echt gute Sachen 2 Top 4 2 mal Top 4 reicht Rageblade schon mal baut Easy Oh mein Gott What 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 Fuck Wunder Ich glaub wir sind Corki No Wir sind Corki Glaub ich Eigentlich Corki für Triss Zona für irgendjemanden hier Ich glaub wir sind Corki Zaya ist so hard contested Das Ding ist nur Ich muss Corki halt irgendwann finden Also Kane spiel ich nicht mehr Denk ich Zoe ist so gut Wenn ich Schimmerscale spiele ich Zoe Das wird einfach Corki Wenn ich kann Muss halt Corki irgendwann Corki ist nicht contested Corki ist komplett uncontested Look at Ich spiele Zoe Ich spiele Zoe Nix anderes Ist es Meditation Es ist Meditation Fuck it Oh let's go Let's go Ich muss das Ding jetzt neu machen Wenn Zoe ulti spam kann Ist es rough Die Frage ist nur Wie oft kann sie ulti spammen Was ist mein Team Was ist mein Team Olaf 1 Let's go man Let's go Olaf 1 0 Gold Porco Dio Mein Luca Friend Oh wir müssen Mesh M dem Zona geben Ich hätte Meditation Nicht nehmen sollen I'm trolling What am I doing Okay wir müssen Remover rollen Gleich Top 3 Das ist Top 3 glaube ich Ja Das ist glaube ich Top 3 Muss hier nur irgendwie noch Corki 2 hätten Kauf den gleich Ich kauf den gleich Brauch ein bisschen Gold Um Stats zu bekommen Ich kaufe immer erst am Ende Weil meine Items skalieren mit Gold Deswegen darf ich immer erst am Ende kaufen Erst am Ding geben Das kommt Ganz chill Ganz chill Das war vor allem Wenn die uns tot sind Mann Noch ein Schild Fuck it Auf Match M Auf Idas auch Okay ne Notfalls Einigermaßen 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 Einiger Meditation Ja Meditation war mein Bad Glaub ich Im Plans buff Auch nur mein Corki Ne Auch nicht so gut Let's sein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Bitte Oh mein Gott Meditation ist Scheiße Alles okay Zoe ist weg Zoe 2 war sick Bashi Nope Ah Bios weg Hahaha Beth Einfach noch ein Item Für Corki Dann rollen wir noch einmal Einmal herunter Ah Eigentlich ist es Bart Am Ende Was tue ich hier Bart raus Überhaupt Was tue ich hier Bart raus Wie sieht diese Kommt nochmal aus Ich komme hier Bart rein Am Ende So gut ne A O E C C Erhöht meine Rollchancen Für Tier 4 und so auch Ist eigentlich zu gut Mästern Ah Kaum Das ist tausendmal besser Als ne Trash Ulti Dann werde ich Ich brauche Damage Item Und ich brauche noch Ein Tank Itammer Ich brauche noch Sauviele Items Gold Gold Alter wie viel Gold war das What Hä Wo hab ich das Hä Okay Das war ein bisschen viel Gold Hahaha Wo kommt alles her Der eine hat irgendwie alles verkauft Der eine hat eigentlich alles verkauft Ist der am Wunschfäden Ach ne Da hat einfach nur keine Units auf dem Feld Und so einer Stuck Ne Aber der gibt Mana Perfekt Ist trotzdem Stuck My bad Ist ok Meditation regelt Ich glaube am Ende Trash Trash ist ja sehr gut Und der ist auch Kork Aber ich hab Korki 2 Passt schon Ne Mage M Ist fein Vielleicht lassen wir einfach Mage M M auf ihm Gib diese Kugel einfach Lulu Das geb ich auch über Lulu Wie viel Gold war das schon wieder Das ist mein Team Dann räumen wir noch die Ferdy Und dann gehe ich 9 Deathblade Stoneblade Das ist actually gut What the heck Das ist actually gut Und ich hab Remover noch Falls ich wirklich wollte Actually gut What the heck Noch Remover no Mage Emblem Zona Boom 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 So das ist mein zweiter Carry jetzt Das hier Ok looking good Looking good chat Looking good Das ist unser Platz 1 Game glaube ich Wie der Siegeross wie es geht chat Sorry ich muss Zoe umstellen Weil es fein Die laufen raus Oder Let's go Boom Boom It's lit It's lit I love TFT Wo ist mein Button Hä Wo ist mein Button Mann Actually wo ist mein Button Wurde der Gok Den du Insta kill Oder was Resho Den du Insta kill Hat der da nur Ulti gemacht Ne ne Scheiße Okay ich muss Oh let's go Let's go Wir können auch Zona zweiten Dann geh ich 9 Into Trash Oh my god Wir müssen nochmal runterrollen Oh Okay Let's go level 9 Die I das auch backline sollen Und ich verliere gegen Jona automatisch Oh my god Oh my god Die Zona hat Dings gemisst Zona hat den Olaf gemisst Daisy Daisy Carry me Daisy Let's go Gold Summon Gold 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 Das ist Schimmerscale Schon sehr sehr cool An sich Let's go 9 Into Trash 2 Oder Braum 2 Oder irgendein Guardian Into Zoe 2 Noch Oder Yasa 2 Mit Yasa 2 spielen wir den Kase Contriert Get me out Mal gucken Ich habe keine richtige Tanks Das ist das Problem Zoe Tornado ist nicht schlecht Oh my god Let's fucking go Oh my god Beste Zoe Ulti Mal gucken Ich kann halt Ich kann das nicht Backline steilen Idas Backline steile Verliere ich halt gegen die anderen Ich muss Bard Bot Ich muss Bard da unten hinstellen Das ist my bad Bard kann tanken glaube ich Der ist Level 2 Einigermaßen Tramble Lakeham Tue ich Idas Backline Und wir gewinnen Scheiße Redemption Redemption glaube ich Redemption Tankete Gold Not bad Das war der Windstreaker Aber wir fahren auf die falsche Seite Wenn der Olaf auf mich drauf springt Können wir gewinnen Ah es gibt keine Assassin mehr Ich muss das umstellen My bad Ich habe gegen Assassin Ich habe gegen alle Assassin schon gespielt Das werde ich mit dem Spiel umstellen Jetzt Quicksilver Kann gewinnen Sobald Quicksilver abläuft Können wir gewinnen Oh ein bisschen schwierig Wir erst machen noch ein Ulti Geil 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 Full life Second win Let's fucking go Alter Wir sind so stark man Level 9 Ja so 2 Oder Trash Let's go Oder zweite Zoe Das geht auch klar Zweite Zoe ist auch immer gut Oh please Mother Nicht gegen Assassin Nicht gegen Assassin Okay let's go 3 win No Zona killt ihr alleine Die Zona killt ihr alleine No Ja ja die killt ihr legit alleine Into Bard Ulti Boom Das game ist so free Ja die Zona legit Die killt ihr Den Ashweiler war alleine Und Kork hat die noch Keinmal angeguckt Alter Ich hab einfach Gold In die ganze Zeit Okay 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 Top 4 Top 3 Top 3 brauchen wir Das ist Top 2 Minimum No It's fucking lit Chat It's fucking lit Ich suche ein Guardian Oder zweite Zoe 2 Gegen den gewinnen wir auch Ich muss noch richtig aufstellen Ich muss halt mein I Das Backline stellen Und so auch Ich tu einfach Bard Frontline Solo No Jock Oh Oh mein Gott Frozen Heart ist eigentlich gut Frozen Heart ist eigentlich Bestes Slot Frozen Heart ist Bestes Slot Das sind zwei Assassinspieler Die kein Quickshipp haben Ich muss Ludo da hinstellen Wo die Die hinspringen Aber wir spielen Gegen den Korki Let's go Ich hab zugebaut Er hat zugebaut Passt Oh meine Zona trifft Den Korki Nicht jetzt trifft sie Oh shit 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 Wo ist meine Sorry Ulti Let's go Also ich muss hier Sachen verkaufen Super und schlecht gegen den Top 3 Top 3 schon mal Rocket 3 schaffen wir eigentlich nicht Nicht verkaufen So ein Yasa 2 oder so So ein Yasa 2 Wer war Ist fine Ist fine Ist fine Ida's tanked in Olaf Wunderbar It's lit It's lit Das sollte gewonnen sein Bard Ulti Tornado Zoe Zona Ulti Erst kaufen Nach dem Fall Ich vergesse Let's go Let's go It's lit Bro Gegen den muss ich normal Aufstellen Ansonsten Aoe-et der mich weg Einfach Was Wir ulten den Der ulte mich nicht Easy So Am schnell erster werden Das sollten wir eigentlich Gewinnen locker Dabei hat vorhin gegen Assassin Aufgestellt Deswegen war da so gut Wie mich It's lit It's lit Gold 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 Ich brauche Ich muss nicht mehr rollen Er sucht Pike 2 Thiefstuff sucht er eventuell Sieg sucht er eventuell So was in der Richtung Ne der sucht Yasa 2 auch Ich eigentlich Ich sucht die Show schon gar nicht So fieselhaft eigentlich Oh my god Mein Ding Okay VM Berlin einfach VM Berlin einfach Whatever VM Berlin einfach Okay Whatever Ich hab Meditation Ich kann es gar nicht benutzen Ich kann es gar nicht benutzen Oh my god Mein Yasa ist weggelaufen Oh my god Mein scheiß Yasa ist weggelaufen Wohm Olaf Komm on verarsch mich nicht Let's go Easy Let's go Das war glaube ich Ein gutes Ende Ich spiel 9 Schimmerscale Ich bin bottom 4 Okay Leg mich nicht ab Chat Alter Also ich hätte Ich hätte bis Ich hätte die Nacht Durchgezockt Also außer ich hätte Zu auch verloren Kurz Screenshot machen Okay Ja lass mal kurz gucken Was haben wir gewonnen Der erste Der erste Spieler Aus der Dachregion Deutschland Österreich Schweiz Der Platz 1 Challenge erreicht Also wir gerade Gewinnt das hier So Aus Shinstatue Nikos help Sparta und so Ich nehm die auch mit Ihr dürft die auch mal anfassen Finally What the heck Es ist 3 Uhr morgens Ey es ist lit Mal gucken Wenn jemand mich beholt Wäre ich morgen Versucht das zu verteidigen Aber ja Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal